Hessisch für Anfänger. Grammatik-Special. Südlich vom Main fehlt das Präteritum. Also die Vergangenheitsform. Habt ihr gewusst, ne? Ich auch nicht. Die wird nämlich ersetzt durch das Perfekt. Also die vollendete Gegenwart. Habt ihr auch nicht gewusst? Ich auch nicht. Praxisbeispiel. In Südhessen, also südlich des Mainz, sagen wir nicht Ich kam. Ich erschien. Ich tauchte auf. In Hessen, also südlich des Mainz, sagt man Ich bin komme.